Es werden über 50 verschiedene Symptome beschrieben. Das, was wir in unserer neuropsychiatrischen Long-Covid-Ambulanz an der Asklepios Klinik Nord-Heidberg sehen, sind vor allem Erschöpfung, Minderbelastbarkeit, die sogenannte Fatigue, Konzentrations- und Gedächtnisstörungen, Aufmerksamkeitsstörungen, Muskelschmerzen, Kopfschmerzen, Schlafstörungen, aber auch so etwas wie Atemnot bei Belastung und insgesamt eine deutliche Veränderung zu dem, was vor der Covid-19-Erkrankung die Patienten sonst an Gesundheit hatten. Der erste Schritt in der Behandlung ist die Diagnostik. Hier geht es auch um den Ausschluss. Das heißt, es könnte ja neben den Langzeitfolgen von Covid-19 sich auch andere Erkrankungen entwickeln. Hier brauchen wir vor allem die Expertise von verschiedenen somatischen Fächern und auch psychiatrischen Fächern. Gleichzeitig müssen wir abklären, was sozusagen nebeneinander existiert und was komorbid auftritt. Wir machen dazu sehr intensive Interviews und führen Fragebogen und auch neuropsychologische Testungen durch. Gleichzeitig ist die körperliche Untersuchung von den verschiedenen somatischen Kollegen auch essentiell. Die Behandlung richtet sich ganz klar nach den Hauptbeschwerden. Also kann es zum Beispiel bei starker Atemnot wichtig sein, vielleicht ein Atemtraining oder eine Atemtherapie zu machen. Bei den Konzentrations- und Gedächtnisstörungen kann es sein, dass so etwas wie ein Hirnleistungstraining oder auch Ergotherapie sinnvoll sind. Wenn es darum geht, vielleicht an die Erschöpfung, an das Fatigue-Syndrom angepasst sich wieder körperlich zu betätigen, ist die Physiotherapie gefragt. Bei den Schlafstörungen sind die Psychiater gefragt. Und für die Anpassung und das Leben mit der chronischen Erkrankung und das Management des Fatigs zum Beispiel auch die psychologischen Kolleginnen.